Der Hacklschorsch sitzt neben mir. Wir rutschen jetzt gleich hier runter. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Wie geht's dir? Nein, ich freue mich drauf, weil das ist fast schon wie eine Rodelbahn. Und das geht super. Okay, dann geht's los. Hast du irgendwelche Tipps für mich? Flach hinlegen und wenig bewegen. Das müssen Sie sich so vorstellen wie tote Sau spielen. Lieber Zuschauer, schauen wir mal, ob ich unten ankomme. Auf los geht's los. Da gibt's keine. Also, du brauchst nichts lenken, nichts, alles nur aerodynamische Fahrlage. Dann geht's los. Also, Conny, bist du bereit? Eins, zwei, drei. Und los. So, wir haben's überlebt. Schorsch, was ist besser, hier rutschen oder im Winter auf der Rodelbahn? Na ja, wenn es um den Spaß geht und, ähm, ja, dass man das auch genießen kann, dann ist es hier schon schöner, ne? Wenn dann auch die Einkehrmöglichkeit hinterher vorhanden ist und ein Maß Bier, ähm, meinem Alter entsprechend. Das ist unser Stichwort. Aber ich bin natürlich mein Leben lang gern auf der Rodelbahn gefahren. Das ist unser Stichwort. Wir gehen jetzt rein und trinken am Maß. Das machen wir. Auf geht's. Das ist unser Stichwort. Das ist unser Stichwort. Das ist unser Stichwort.